Das Volumen und die Mantelfläche vom Kegel und Kegelstumpf werden in der Sekundarstufe 1 und Berufsschulen behandelt und lassen sich durch Drehung einer Drehfläche um eine Drehachse erzeugen. In der mathematischen Animation seht ihr, wie mit diesem rechtwinkligen Dreieck der Drehkörper des Kegels entsteht, dessen Volumen und Oberfläche wir mit der Guldin-Regel berechnen. Dazu zeichne ich zunächst den Schwerpunkt der Dreiecksfläche, dann den Schwerpunktweg, auf dem sich das rechtwinklige Dreieck um die rote Achse bewegt und den Drehkörper, der dadurch entsteht. Das ist dieser Kegel. Den kippen wir mal nach vorne, dann sieht man das anschaulich, wie das entsteht. Wir haben hier den Schwerpunkt von der Dreiecksfläche und dieser blau gestrichelte Kreis ist der Schwerpunktweg, auf dem das Dreieck jetzt um diese rote Achse gedreht wird und dabei entsteht dieser Drehkörper, also ein Kegel. Kegel mit und ohne Guldin-Regel, Drehkörpervolumen eines Kegels mit Guldin. Den Schwerpunkt bekommt man mit dem Schnittpunkt der Seitenhalbierenden und der Abstand des Schwerpunktes von der Drehachse. Da habe ich euch diese Formel vorgegeben, die ich nachher auch noch entwickle. Die Grundseite vom Dreieck C muss parallel zur X-Achse verlaufen. Die muss nicht auf der X-Achse liegen, aber sie muss parallel verlaufen. Dann ist es ja auch möglich, dass die Dreieckspunkte B und C nicht direkt auf der Drehachse liegen. Dafür hat die Formel hier noch diese Ergänzung. L ist der Abstand, den B von der Y-Achse hat und K ist der Abstand, den C von der Y-Achse hat. Hier könnt ihr ganz gut ablesen. Die Seite C ist 2,7 Längeneinheiten und die Höhe des Dreiecks sind 5 Einheiten. Die Einheiten werden weggelassen. Wenn ihr mögt, versucht doch die Aufgabe jetzt selbst zu lösen. Die Formel vereinfacht sich. B und C liegen direkt auf der Drehachse. Dadurch ist L und K 0 und wir erhalten für RS C Drittel. Für C setzen wir 2,7 ein und erhalten 0,9. Der Flächeninhalt von Dreieck ist Grundseite mal Höhe durch 2, 2,7 mal 5 durch 2 und das ergibt 6,75. Das Volumen des Drehkörpers berechnet sich mit Schwerpunktweg. Das ist ja dieser blau gestrichelte Kreis mal bewirkte Fläche. Das ist dieses rechtwinklige Dreieck. Wir haben 2 Pi mal RS mal A. Für RS und A setzen wir die berechneten Werte ein und erhalten das Volumen mit 38,1704. Jetzt brauchen wir die Mantelfläche. Zur Mantelfläche habe ich dieses Dreieck gezeichnet. Da brauchen wir den Schwerpunkt dieser Linie. Das ist gerade die Hälfte, SB und dann brauchen wir noch diesen Abstand. Zunächst brauchen wir die Länge dieser Seite. B² ist C² plus A². Wenn wir nach B umstellen, müssen wir die Wurzel ziehen. Also B ist Wurzel aus C² plus A². Für C setzen wir 2,7 ein, für A 5. Und erhalten 5,68243. Jetzt brauchen wir noch den Abstand des Schwerpunkts der Strecke von der Drehachse. Also RSB. Dazu nehmen wir den zweiten Strahlensatz. RSB verhält sich zu C wie A halbe zu A. Wir stellen nach RSB um und erhalten 0,5C. Für C setzen wir wieder 2,7 ein. Damit ergibt sich der Abstand von SB zur Drehachse mit 1,35. Die Mantelfläche berechnet sich mit Schwerpunktweg, das wäre ja jetzt ein anderer Schwerpunktweg, mal der Strecke B. Das ist 2P mal RSB mal der Länge dieser Strecke B. Wir setzen bekannten Werte in die Formel ein und erhalten 48,2 für die Mantelfläche. Ich habe in einem anderen Video, was ich am Ende auch noch erwähne, die anderen Formeln entwickelt, die man normalerweise in der Schule verwendet. Von einem Spitzenkörper berechnet man das Volumen mit Grundfläche, das ist ja die Kreisfläche, mal Körperhöhe durch 3. Grundfläche ist ein Kreis Pi A² mal HK durch 3. Für R setzen wir 2,7 ein und für H 5. Und erhalten 38,1704. Also genau den gleichen Wert. Die Mantelfläche ist Pi mal R mal S. S ist die Seitenlinie und die ist gerade B. Für R setzen wir 2,7 ein und für B den berechnenden Wert und erhalten das gleiche Ergebnis. Super, wenn ihr es geschafft habt, die Aufgabe selbst zu lösen. Guldin-Regel, Entwicklung einer Formel, die auch für nicht rechtwinklige Trapezflächen geeignet ist. Die Formel für ein rechtwinkliges Trapez hatte ich ja bereits abgeleitet. Schauen wir uns noch kurz die Konstruktion für den Schwerpunkt eines Trapezes an. Wir verlängern die Seite A um die Seite C, dann erhalten wir den Punkt A. Anschließend verlängern wir die Seite C um die Seite A und erhalten G. Die orange schreibende Strecke halten wir, indem wir die Punkte G und H verbinden. Anschließend halbieren wir die parallelen Seiten, dann erhalten wir die Punkte E und F. Die verbinden wir und erhalten die grüne Strecke. Beide Strecken schneiden sich im Schwerpunkt vom Trapez. Es geht jetzt darum, den Abstand des Schwerpunktes R von der Drehachse als Formel auszudrücken. Wenn ihr in Algebra gut seid, versucht doch diese Formel selbst zu entwickeln. Dazu stoppt das Video jetzt. Schon beim rechtwinkligen Trapez habe ich ja die Zwei-Punkte-Form verwendet, die blende ich ein. Die bezog sich auf die Punkte P1 mit den Koordinaten x1, y1 und P2 mit den Koordinaten x2, y2. Die Punkte H und G müssen wir jetzt mit Buchstaben ausdrücken. Die x-Komponente von H ist minus in Klammern L plus A plus C und die y-Komponente ist 0. Die x-Komponente von G ist A minus K und die y-Komponente ist ja die Höhe vom Trapez, das ist H. Jetzt setzen wir in die Zwei-Punkte-Form diese Komponenten ein und erhalten diesen Ausdruck. Für y2 setzen wir H ein, für y1 0, also H minus 0. Für x2 setzen wir A minus K ein und für x1, das ist ja dieser Ausdruck, der ist negativ, da wir x1 aber subtrahieren, kommt jetzt A plus C plus L, fügen wir jetzt hinzu. Dann haben wir noch x minus x1, das ist wieder minus minus, gibt plus, also A plus C plus L und y1 0. Jetzt können wir hier das mit zwei A zusammenfassen, die Nullen weglassen, dann haben wir die Gerade, die durch die Punkte H und G verläuft. Als nächstes brauchen wir die Punkte F und E. F hat die Koordinaten minus in Klammern A halbe plus L und 0 und E hat die Koordinaten minus in Klammern C halbe plus K und H. Wir setzen wieder die gefundenen Komponenten in die Zwei-Punkte-Form ein und erhalten diesen Ausdruck. Da lassen wir 0 weg, dann haben wir diese Gleichung. Hier stört uns dieses 1,5, da multiplizieren wir Zähler und Nenner mit 2. Dann haben wir H mal 2x plus A plus 2L und unten haben wir A plus 2L minus C minus 2K. Jetzt suchen wir ja einen Schnittpunkt, wir setzen also diese beiden Ausdrücke gleich und multiplizieren über Kreuz. Diese Klammer multiplizieren wir mit diesem Ausdruck und diese Klammer mit diesem Ausdruck. Jetzt multiplizieren wir die Klammern aus und da entsteht dieser gigantische Ausdruck. Dann bringen wir alle Elemente, die x enthalten, auf die linke Seite, die anderen kommen auf die rechte Seite. Da entfallen jetzt einige dieser Ausdrücke. Dadurch wird der Ausdruck ein bisschen kleiner, aber immer noch so umfangreich. Jetzt klammern wir x aus, dann haben wir x mal 3A plus 3C. Diesen Ausdruck vereinfachen wir auch ein bisschen, indem wir hier minus A ausklammern und minus C. Dann bekommen wir diesen Ausdruck. Schließlich teilen wir diesen Term durch 3 mal Klammer auf A plus C. Und dann haben wir es geschafft. Diese Formel ermöglicht uns jetzt nur mit A, C, L und K den Abstand des Schwerpunktes dieses Trapezes von der Drehachse zu berechnen. Jetzt gibt es hier noch Sonderfälle. Wenn nämlich L und K gleich groß sind, dann vereinfacht sich ja dieser Ausdruck und wir halten diese Formel. Dieses Trapez ist wieder rechtwinklig. Wenn L gleich K ist, dann liegt die Seite B direkt auf der Drehachse und dadurch vereinfacht sich die Formel noch weiter. Und diese Formel kennen wir ja bereits. Das Minus hier wird nachher für den Radius weggelassen. Der Abstand von der Drehachse wird immer mit einem positiven Wert ausgegeben. Super, wenn ihr es geschafft habt, die Aufgabe selbst zu lösen. Volumenberechnung eines Drehkörpers mit einer dreieckförmigen Teildrehfläche. Wir verwenden die Guldin-Regel. Die Drehfläche erzeugt bei der Drehung um die Y-Achse einen Drehkörper, der besteht aus Aluminium, dessen Volumen und Masse berechnet werden soll. Aus welchen Teilkörpern besteht der Drehkörper? Wenn ihr mögt, stoppt das Video kurz. Wir sehen hier den Drehkörper, den vergrößere ich jetzt mal. Hier ist die Drehfläche zu sehen. Die ist grün gekennzeichnet. Der Schwerpunkt der Gesamtfläche ist hier zu sehen und der Schwerpunkt Weg ist dieser dicke strechelte Kreis. Der Körper besteht nun einmal aus diesem Hohlzylinder, dann aus dieser Kreisringsäule, einem äußeren Kegelstumpf und einem inneren Kegelstumpf. Zunächst sieht das kompliziert aus, aber mit der Guldin-Regel lässt sich das einfach lösen. Vorausgesetzt man kennt die Abstände zu den Schwerpunkten der Teilflächen. Beim Rechteck und Quadrat sind diese Radien einfach abzulesen. Beim Dreieck ist das Ablesen hier zu ungenau. Deswegen brauchen wir eine Formel. Und diese Formel seht ihr hier. Mit der Länge der Grundseite, die parallel zur x-Achse verläuft, und den Abständen L und K, dieser beiden Dreieckspunkte, von der Drehachse, können wir den Abstand des Schwerpunktes von der Drehachse berechnen. Wenn ihr mögt, versucht das doch mal selbst zu lösen. R1 erhalten wir, indem wir für C4 einsetzen, für L1, für K2. Damit ergibt sich R1 mit 2,6 Periode Zentimeter, und das können wir 2,667 runden. Flächen innerhalb vom Dreieck ist Grundseite mal Höhe durch 2, 4 mal 2 durch 2, und das gibt 4 Quadratzentimeter. Volumen, das ist das Volumen, das diese Drehfläche jetzt erzeugt. V1 ist Schwerpunktweg mal A1, also 2 Pi mal R1 mal A1. Wir setzen für R1 und A1 die berechneten Werte ein und erhalten 67,029 Kubikzentimeter. Das ist übrigens das Volumen, was jetzt hier von diesem äußeren Kegelstumpf minus dem inneren Kegelstumpf entsteht. R2 ist der Abstand des Schwerpunktes von diesem Rechteck von der Drehachse. Der ist gut ablesbar, 3 Zentimeter. A2 ist Flächeninhalt des Rechtecks, Länge mal Breite, 4 mal 3, 12 Quadratzentimeter. V2 ist Schwerpunktweg 2 Pi mal R2 mal Drehfläche A2. Für R2 und A2 setzen wir bekannten Werte ein und erhalten 226,195 Kubikzentimeter. Das wäre das Volumen dieses Hohlzylinders. Da wird dieser Zylinder aus diesem großen Zylinder ja entfernt. R3 kann man auch sehr gut ablesen. Das sind 4,5 Zentimeter. A3 ist Länge mal Breite oder 1 Quadrat. Das gibt 1 Quadratzentimeter. V3 ist wieder Schwerpunktweg, also 2 Pi mal R3 mal A3. Wir setzen bekannten Werte in die Formel ein und erhalten 28,274 Kubikzentimeter. Das Volumen des Drehkörpers berechnet sich mit V1 plus V2 minus V3. Wir erhalten 264,95 Kubikzentimeter für dieses Volumen. Die Masse berechnet sich mit Dichte mal Volumen. Die Dichte ist vorgegeben mit 2,7 Gramm pro Kubikzentimeter und das multiplizieren wir mit dem Volumen des Drehkörpers und erhalten 715,37 Gramm. Woraus der Drehkörper besteht, hat man ja schon gesagt, also am Hohlzylinder, einer Kreisringsäule und einem äußeren und inneren Kegelstumpf. Wenn ihr mal überlegt, was für ein Aufwand das hier wäre, das mit diesen Kegelstumpfen, Hohlzylindern und Kreisringzylindern auszurechnen, da ist der Ansatz von Guldin also wesentlich eleganter und schneller. Hier seht ihr die Drehfläche, den Schwerpunkt, der Gesamtfläche, den Schwerpunkt Weg und den Drehkörper. Wir schauen uns jetzt mal den Drehkörper so ordentlich an und ich lasse ihn jetzt drehen. Schwerpunktabstand eines Dreiecks von der y-Achse Formelentwicklung. Entwickle eine Formel zur Berechnung des Schwerpunktabstandes des Dreiecks zur y-Achse, dessen Punkt B einen Abstand L und dessen Punkt C einen Abstand K von der y-Achse haben und dessen Grundseite C parallel zur x-Achse verläuft. Wenn ihr mögt, versucht mal diese Formel zu beweisen. Dazu stoppt das Video jetzt. Zunächst seidet ihr euch vielleicht wundern, warum ich dieses Trapez hier eingeblendet habe mit dieser Formel. Doch die nutze ich, um auf diese Formel zu kommen. Dazu verschiebe ich den Eckpunkt C auf den Eckpunkt D von dem Trapez und dann habe ich hier ein Dreieck. Und hier habe ich euch mal den Beweis eingeblendet. Ich verschiebe also C auf D, dann habe ich ein Dreieck und verändere die Bezeichnung dieser Seiten nicht. Dadurch wird ja die Seite C Null. In dieser Formel setze ich C auf Null. Dann habe ich diesen Ausdruck. Da entfällt dieser ganze Ausdruck. Und wir kriegen vereinfacht diese Formel. In der kürze ich auch A noch heraus. Und dann erhalten wir die Formel. Beim Dreieck bezeichnet man diese Seite ja klassischerweise immer mit C. Wir ersetzen A mit C und erhalten die gesuchte Formel. Beide Formeln lassen sich nur verwenden, wenn die Grundseiten der Drehflächen parallel zur x-Achse verlaufen. Hier liegt die Grundseite direkt auf der x-Achse und hier auch. Wir können aber diese ganze Figur auch in y-Richtung nach oben verschieben. Wichtig ist nur dabei, dass diese Grundseiten parallel zur x-Achse verlaufen. Jetzt schauen wir uns dieses Trapez an. Das ist ja nicht rechtwinklig. Wenn ich diesen Punkt C jetzt um eine Einheit nach rechts verschiebe, habe ich ein rechtwinkliges Trapez. Und dabei verändert sich natürlich auch der k-Wert. Und wenn ich das in dieser Formel hier berücksichtige, lässt sich auch von einem rechtwinkligen Trapez der Schwerpunkt Abstand mit dieser Formel berechnen. Wenn ich den Punkt B zum Beispiel um drei Einheiten nach links verschiebe, habe ich ein Parallelogramm. Und von dem Parallelogramm, da sind dann A und C gleich. Das setzt man dann in dieser Formel ein. Kann ich auch mit dieser Formel den Abstand des Schwerpunkts von der Drehachse berechnen. Das gleiche gilt natürlich auch von einem Rechteck. Wenn ich C um eine Einheit nach rechts verschiebe und D um zwei Einheiten nach links, habe ich ein Rechteck. Und auch da funktioniert die Formel, wenn man sie entsprechend anpasst. Mit diesen beiden Formeln und der Guldin-Regel könnt ihr auch kompliziertere Drehkörper einfach, elegant und zeitsparend berechnen. Abschließend noch einige Video-Empfehlungen. In den ersten vier Videos geht es um Kegel- und Kegelstumpfberechnungen. Die ersten beiden Videos sind besonders einfach und anschaulich und für die Sekundarstufe 1 geeignet. Im dritten Video behandle ich Füllstandsberechnungen mit Kegel und Quadratstörpyramide und im vierten Video den Kegelstumpf. Die Videos 5 und 6 behandeln Drehkörper 1 und 2, die ich vorher hochgeladen hatte. Wenn ihr mögt, schaut euch einfach einige dieser Videos an. Danke fürs Zuschauen.